Hallo! Gut. Das sollte funktionieren. Schnell! Schnell! No. Jetzt aber. Jetzt sollten wir mal mit der Gondel fahren können, nicht wahr? Wunderbar. In Ordnung. Wir haben es jetzt also mit einer Gondelfahrt zu tun. Ich nehme an, das wird jetzt... ...viel... ...schießen enthalten. Das, was jetzt kommt. Repetitiv, immer das Gleiche, aber hoffentlich spektakulär. Oh! Oh! Dass ich nicht auf dieser Gondel stehen will. Denn hier hängt das fest. Beziehungsweise dann Stöße, wenn man kommt. Dauert nichts. Bäm! 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 Ins Gesicht! Das ist faszinierend, wie ein großes Magazin von dieser Wachwüchse sein scheint. Bäm! 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 Ich glaube, es ist dann noch nicht derjenige gewesen, der dieser Gondel am meisten Schaden zu bieten hat, der Maschinengewehr. Aber wenn man vom Teufel spricht, oder? Ich hätte mal auf meinen Holzkopf bauen sollen. Ja, das ist nicht das größte Problem sein, ja. Im Endeffekt ist das doch ein Kinderspiel. Also irgendwie hatte ich das Aufregende in Erinnerung. Als Jugendlicher fand ich das spektakulärer. Ich weiß, was ich jetzt ist, dass ich nicht anheli. Ich weiß, was du nicht wirst? Ich weiß nicht. Aber das scheint schon sehr gut gewesen zu sein. Wir nähern uns mit Rasen und schütten im nächsten Level, glaub ich. Okay, wir haben eine Feldwascherein nicht erneuert in der Zwischenzeit. Gleich. Aber da haben wir das Höhlensystem schon erreicht, das Nächste. Das sind wir genau da gelandet, wo ich gerade ausgestiegen bin. Gut, dann ist das also noch nicht der nächste Levelabschnitt, sondern nur eine weitere Einheit. Dich verkügel ich mal hier in der Ecke und deine Freunde dich nicht sehen. Okay. 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 Oh, ich hab ihn auch so. Und noch mehr von denen. Oh, shit. Ach, verflugter Schütz. Ach, verflugter Schütz. Ach, verflugter Schütz. Das ist ja halt auf! Haus. Jetzt brauche ich beides, so schnell kann es gehen. Jetzt wird was. Das hatten wir schon, oder? Das war nichts. Wäre auch noch schöner gewesen, wenn zweimal das gleiche Versteckwurst worden wäre. Aber hier ist irgendwas, oder? Nichts, okay. Da ist ja auch schon wieder eine Kiste. Ich versuche nur eine Granate. Na gut. Aber auch die Granate könnte ja eventuell exakt nicht essen. Oder mich in die Luft spenken. Du kriegst jetzt erstmal eine schöne Kracht. Die Kräuter, ey. Nein. Das Tor ist also zu öffnen, was wir im nächsten Teil tun werden Bis dann, ciao